Paulus von Tarsus wurde von Gott, von Jesus Christus höchstpersönlich dazu auserkoren und ausgesandt, das Evangelium des Herrn den Menschen zu bringen, es Völkern zu bringen, die verloren gewesen wären, weil sie noch nicht an den lebendigen Retter glaubten. Und diese Aufgabe, den Erlöser zu verkünden, die hat Paulus mit Eifer und Nachdruck auf sich genommen und kein Leid war ihm zu schwer. Und wir sehen, dass Paulus auch ein großes Netz an Gemeinden, um das er sich auch kümmerte, aufgebaut hat und somit den Grundstein für christliches Leben gelegt hat. In diesem Beitrag wollen wir Paulus nicht nur würdigen für seine unendlich grandiose Leistung, die er gebracht hat, sondern wir wollen auch eine Sache tun, die sehr, sehr wichtig ist, nämlich solide Gründe uns dafür anschauen, warum man Paulus vertrauen kann. Wir beginnen gleich mal mit dem Grund Nummer 1, die mächtige und direkt schon unwahrscheinliche Bekehrung des Paulus. Der erste Beweis, den Paulus allein den Galatern liefert, warum sie wissen können, dass sein Evangelium von Gott und nicht von Menschen stammt, ist seine eigene Bekehrung. In Galater 1, 13 räumt Paulus selbstkritisch ein, dass er in seinem früheren Leben im Judentum ganz klar versucht hat, die Kirche Gottes zu zerstören. Paulus war einer der aufgehenden Sterne in seiner Religion, er liebte das Judentum, er liebte die Traditionen und die Struktur seiner Religion, er liebte seinen religiösen und familiären Hintergrund und er liebte es auch, durch das Gesetz nach Gerechtigkeit zu streben und gerechter zu werden. Abgesehen von diesen Errungenschaften war Paulus die Verkörperung des jüdischen Eifers, der sich darin zeigte, wie er diejenigen verfolgte, die dieser, naja, wie er damals noch dachte, jüdischen Fälschung des Christentums angehörten. Ja, naja, und dann, wie konnte es dann bitteschön sein, dass er diese gesamte Herangehensweise aufgab, sich zu denen gesellte, die er verfolgte und dann das Evangelium Jesu predigte. Ja, und er sagt, aber als er, der mich von meiner Geburt ausgesondert hatte und der mich durch seine Gnade berufen hatte, sich freute, mir seinen Sohn zu offenbaren, damit ich ihn unter den Heiden predigen könnte. Die einzig plausible Erklärung für die Bekehrung ist, dass Gott souverän vom Himmel herabreichte und das Herz von Paulus veränderte, seine Augen öffnete und ihm Jesus Christus im Evangelium offenbarte. Ein weiterer Beweis ist die Unabhängigkeit des Paulus von den Jerusalemer Aposteln. Das Evangelium, das Paulus predigte, war ihm von Christus gegeben worden, sodass es nicht nötig war, dass er ständig Beweise dafür suchte. Ja, dass das Evangelium des Paulus direkt von Christus kam, zeigt die Unabhängigkeit des Paulus von den Jerusalemer Aposteln, Petrus, Jakobus und Johannes. Ja, Paulus war keiner der zwölf Apostel Christi. Er war nicht in diesem Zwölferkreis und er wurde auf dem Weg nach Damaskus gerettet, nachdem Christus aufgefahren war, Apostelgeschichte 9, 1 bis 9. Trotzdem argumentiert Paulus, dass er nicht von den Jerusalemer Aposteln abhängig war. Ja, natürlich, die falschen Lehrer versuchten die Galater davon zu überzeugen, dass Paulus das Evangelium ursprünglich von den Aposteln gehört hatte, es dann aber später in sein Evangelium des Glaubens umwandelte. Ja, aber Paulus hätte diese Botschaft verdreht. Aber, wie dem auch sei, Paulus verweist selbst darauf, dass seine unmittelbare Zuflucht nach seiner Bekehrung nicht darin bestand, bei irgendeinem Christen, einschließlich der Apostel, nach einer Bestätigung händeringend zu suchen, dass er etwas Großes war, sondern er handelte direkt mit Jesus und erwarb das Evangelium vom Erretter selbst. Ja, und dann ging Paulus nach drei Jahren nach Jerusalem hinauf, verbrachte dort aber nicht viel Zeit. Paulus blieb 15 Tage bei Petrus und, naja, er sah dann auch Jakobus. Und natürlich, Petrus und Paulus haben in diesen 15 Tagen mehr als über die neuesten Sportberichte aus Griechenland besprochen. Natürlich haben sich diese Männer über spirituelle und theologische Angelegenheiten unterhalten. Ja, aber diese wurden nicht, die wurden nicht, diese Gespräche wurden nicht etwa geführt, damit Paulus Unwissenheit untermauert oder zutage gefördert werden könnte. Paulus besiegelt sein Zeugnis sogar mit einer klaren Behauptung, er lüge nicht. Ja, wir haben also die Wahl. Wir können entweder glauben, dass Paulus uns die Wahrheit übermittelt oder aber wir schalten alles aus und lügen uns einfach empor, indem wir sagen, dass es nicht tat. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Unabhängigkeit des Paulus von den Jerusalemer Aposteln ist die Tatsache, dass er nach seinem Besuch in Jerusalem, um Petrus zu sehen, nach Syrien und Kilikien ging. Es war auch so, dass die Gemeinden in Judäa Paulus noch nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen hatten. Die Christen in diesen Kirchen sprachen miteinander zweifellos mit Freude und Erstaunen über diesen gewaltigen Pharisäer, der zum christlichen Evangelisten wurde. Dieser Punkt impliziert, dass Jerusalem für Paulus jetzt nicht die Städte war, an der er jetzt unbedingt bleiben müsste, was angesichts des Hintergrunds des Paulus und des Platzes der Stadt in der Erlösungsgeschichte eine erstaunliche Beobachtung ist. Paulus bestätigt diese Haltung gegenüber Jerusalem, wenn er sagt, dass er 14 Jahre lang nicht nach Jerusalem zurückgekehrt ist. Galater 2.1 Außerdem beruhte sein Impuls, dorthin zu reisen, nicht auf der Notwendigkeit von den Jerusalemer Aposteln eine Bestätigung zu erhalten. Vielmehr ging Paulus wegen einer Offenbarung von Jesus Christus hinauf, vermutlich einer Offenbarung, die ihn anwies, genau das zu tun. Galater 2.2 Und was tat er dort? Er hat das Evangelium vorgelegt, das er unter den Heiden predigte, aber er tat dies unter vier Augen denen, die einen guten Ruf hatten, aus Angst, man könnte umsonst rennen oder gelaufen sein. Paulus ging privat zu den einflussreichen Führern der Jerusalemer Gemeinde, Petrus, Jakobus und Johannes, Galater 2.9, um das Evangelium zu erklären, dass er den Heiden gepredigt hatte, aus Angst, er könne sonst umherrennen oder gelaufen sein. Galater 2.2 Natürlich, er hat überprüft, er hat das überprüft, was das Evangelium quasi ist und er hat genau sich dazu, er hat genau quasi mit den Leuten besprochen, wie er vorgeht. Er musste nicht irgendwie ständig den Leuten beweisen, dass er der Größte ist. Das war nicht so und das ist auch nicht das, wir wollen hier darauf hinaus zu zeigen, dass Paulus nicht jemand war, der ständig irgendwo aufgekreuzt ist, um ja nach Bestätigung zu suchen, um sein Ego zu erfüllen. Natürlich hat er das Evangelium, das er gepredigt hat, auch mit den Aposteln abgesprochen, das ist ganz klar und er hatte Kontakt zu diesen Leuten. Aber er hielt es nicht für notwendig, sich ständig dort anzubieten und um Bestätigung zu ringen. Das zeigt, dass er selbstbewusst war, das zeigt auf der einen Seite, dass er natürlich jemand war, der genau das überprüfte, was er auch tat und sagte, aber jemand, der nicht ständig händeringend um irgendeine Aufmerksamkeit sucht. Doch, was sehen wir noch? Natürlich, es ist natürlich so, dass Paulus auch besorgt war, dass ein Großteil seiner Bemühungen unter den Heiden verloren gehen würde, wenn die Apostel seinen Dienst nicht billigten, angesichts ihres Einflusses. Ja, aber genau mit dieser Bestätigung der Apostel konnte er nun auch argumentieren, dass er kein Lügner oder Betrüger war, sondern dass er jemand gewesen ist, der dessen Lehre auf dem Prüfstand war und er somit ein wahrhaftiger Apostel und Missionar gewesen ist. Paulus' Unwilligkeit, den falschen Lehren in Jerusalem nachzugeben, Galater 2, 4-5, ist ebenfalls ganz klar ein Beweis dafür, dass Paulus wirklich an Wahrheit interessiert war. Selbst als er nach Jerusalem reiste, war er nicht gezwungen, Titus beschneiden zu lassen. Dieser Widerstand gegen die Beschneidung war bedeutsam, weil die Jerusalemer Apostel nicht forderten, was die Irrlehrer als Teil des Evangeliums bezeichneten. Die falschen Lehrer argumentieren, dass man an Jesus glauben und beschnitten sein muss und sie behaupten wahrscheinlich, dass dies genau das sei, was die Jerusalemer Apostel predigen. Paulus meint, dass wenn die Apostel in Jerusalem wirklich gelehrt hätten, dass die Beschneidung für die Rettung erforderlich ist, sie vom Titus verlangt hätten, sich beschneiden zu lassen, was sie nicht taten. Fazit, das Evangelium der Apostel ist dasselbe wie das von Paulus. Es gibt nur ein Evangelium, das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus und Paulus und die Jerusalemer Apostel predigten es. Um des Evangeliums willen gab Paulus diesen Irrlehrern keinen Augenblick nach. Er blieb weiterhin frei von Speisegesetzen, hielt den Sabbat ein und verlangte von Nichtjuden die Beschneidung nicht. Er war überzeugt, dass ein Mensch vor Gott durch den Glauben an Christus gerechtfertigt wäre. Er predigte, dass die Rechtfertigung allein über den Glauben an Christus erfolgt und gab in diesem Punkt niemanden nach. Jesus Christus hatte sich Paulus offenbart, ihn gerettet, ihm alle seine Sünden vergeben und ihn dann mit dem Evangelium beauftragt, es den Nationen zu bringen. Er würde lieber sterben, als das kostbare von Christus offenbarte Evangelium zu verzerren. Er hatte den Galatern bereits gesagt, dass er niemandem verpflichtet sei. Denn suche ich jetzt die Anerkennung von Menschen oder von Gott oder versuche ich immer noch dem Mann zu gefallen, wenn ich immer noch versuchen würde, dem Menschen zu gefallen, wäre ich kein Diener Christi. Galater 1.10 So und genau da haben wir es. Man kann natürlich zu den Aposteln gehen und seine Lehre überprüfen. Das ist vollkommen klar. Man kann sich seinen Dienst billigen lassen und man kann beachten, dass er tatsächlich das wahre Evangelium predigt. Man kann sich mit den Aposteln treffen und man kann mit ihnen zusammenarbeiten. Aber das ist ein massiver Unterschied zu dem, was manchmal vorgeworfen wird, dass er ständig nur versucht hätte, sich als Superapostel darzustellen und dass er ständig nur versucht hätte, Bestätigung zu erhalten. Denn das ist genau das nicht. Das ist genau das nicht, was der Fall gewesen ist. Und Paulus ist auch klar bei dem Punkt, dass er in Galater 2.6, da ist es ganz klar, dass Paulus zeigt, dass er sich nicht nach der Zustimmung der Apostel sehnte und die Apostel fügten seinem Evangelium auch nicht etwas zu oder halfen ihm, es zu formulieren. Diese Aussagen implizieren nicht, dass Paulus ihre Autorität als Apostel nicht respektierte, siehe Epheser 2.20. Aber es ist auch so, dass er nicht blauäugig gewesen ist. Wenn es darum geht, die Wahrheit zu lehren, zeigt Gott keine Parteilichkeit. Der Herr zuckt nicht mit den Schultern und tätschelt den Kopf eines Apostels, wenn er beginnt, aus dem Raster zu fallen und Paulus nähert sich den Aposteln auf die gleiche Weise. Ja, sie hatten die Autorität als Apostel, aber das machte sie nicht unkorrigierbar. Wenn die Apostel anfingen, auf eine Weise zu leben, die dem Evangelium widersprach, dann würde Paulus es ihnen auch genauso ins Gesicht sagen. Das ist nicht respektlos, das ist einfach nur nüchtern. Und die Bestätigung des Dienstes des Paulus durch die Jerusalemer Apostel, Galater 2.7-10, ist aber ebenfalls wichtig. Die Apostel korrigierten Paulus nicht, sie kritisierten Paulus nicht, sie bestätigten es. Diese Apostel erkamten, dass derselbe Geist, der durch Paulus wirkte, um ihn zu den Heiden zu senden, genau derselbe Geist war, der Petrus zu den Juden sandte. Galater 2.7-9. Die einflussreichen Apostel Petrus, Jakobus und Johannes baten Paulus nicht, sein Evangelium zu verändern oder den Heiden zu sagen, sie sollten anfangen, das Gesetz des Alten Bundes zu praktizieren. Durch den Heiligen Geist erkannten sie, dass Gott Paulus das Evangelium anvertraut und ihm die Gnade gegeben hatte, es den Heiden zu predigen. Das Einzige, worum sie Paulus baten, war, sich an die armen Christen zu erinnern. Etwas, das Paulus ohnehin schon sehr eifrig tun wollte. Und was finden wir in Galater 2.11-14? Dass das Evangelium von Paulus direkt von Jesus Christus stammte, war die Tatsache, dass er bereit war, einen Apostel zu konfrontieren, der gegen das Evangelium handelt. So überzeugt von der Rechtfertigung allein durch den Glauben an Christus, war er, dass es ihm nicht egal war, ob die Irrlehrer Dinge ausspuckten, die dem Evangelium widersprachen oder ein Apostel sich auf eine Weise verhielt, die das Evangelium untergrub. Paulus handelte. Irgendwann, als Petrus nach Antiochia gekommen war, um die dortige Gemeinde zu besuchen und mit ihr Tischgemeinschaft zu pflegen und grundsätzlich Gemeinschaft zu haben, hatte er mit den Heiden gegessen. Diese Tischgemeinschaft war bedeutsam, weil Juden und Nichtjuden vor dem Evangelium des Neuen Bundes aufgrund von göttlich sanktionierten Ernährungseinschränkungen und Vorschriften nicht zusammen essen konnten. Vor dem Neuen Bund, wohlgemerkt. Und dies waren die Anforderungen, als Gott Israel als eine dem Herrn heilige Nation errichtete, getrennt von heidnischen, götzendienerischen Religionen der Nationen. Der einfache Akt des Essens mit Heiden demonstriert aber nun die Kraft und Wahrheit des Evangeliums. Wir sind alle auf die gleiche Weise gerettet, allein durch den Glauben an Christus. Deshalb sind wir alle spirituelle Geschwister ohne Trennwand zwischen uns. Die Speiserestriktionen des alten Bundes werden in Christus aufgehoben. Denn wenn man mit nichtjüdischen Glaubensbrüdern isst, dann ist das ein Zeichen, dass sie nichts mehr unterscheidet. Galater 3, 28 bis 29. Einige kamen jedoch von Jerusalem herunter und behaupteten, jetzt vielleicht von Jakobus zu sein. Und als Petrus sie sah, fürchtete er vielleicht ihre Züchtigung, Konfrontation, Missbilligung oder all das bereits Gedannte. In Folge dessen entfernte er sich vom Essen mit den nichtjüdischen Gläubigen. Dieser Schritt mag nicht wie eine große Sache erscheinen, aber indem er nicht mehr mit den Heiden aß, signalisierte Petrus, dass es wieder eine Barriere zwischen Juden und Heiden gab. Die Nichtjuden mussten sich wie er an die Ernährungsbeschränkungen des alten Bundes halten. Denn wie Paulus Petrus sagt, wenn du als Jude geboren und innerhalb des Systems des alten Bundes geboren wurdest, aber wegen der Freiheit des Evangeliums jetzt wie ein Nichtjude lebst, wie kommt es, dass man Nichtjuden zwingen könnte, wie ein Jude unter dem alten Bund zu leben? Das ist Heuchelei, wenn man nicht wirklich glaubt, dass es notwendig ist, wie ein Jude zu leben, um mit Gott im Reinen zu sein. Apostelgeschichte 10, 9 bis 23. Paulus Wiederholung dieser Episode mit Petrus ist Teil des größeren Ziels, den Galatern zu beweisen, dass sein Evangelium nicht von Menschen stammt, sondern strikt von einer Offenbarung Jesu Christi ist. Indem er sich den Irrlehren widersetzte und die Apostel konfrontierte, zeigte Paulus, dass er in Bezug auf das Evangelium, das Christus ihm anvertraut hatte, nicht wanken würde. Er war die ganze Zeit konsequent geblieben. Und was sehen wir? Wir sehen auch eine ganze Sache. Wir sehen eine starke Sache. Petrus schreibt dann in seinen Briefen von Paulus als seinem lieben Bruder. Und wir finden auch, dass dieser antiochenische Zwischenfall kein weiteres Zerwürfnis zwischen den zwei Aposteln darstellt, sondern was finden wir stattdessen? Wir finden, dass Paulus und Petrus wieder zusammen als Brüder wirkten, weil Petrus einsah, dass er falsch gehandelt hat. Weil Petrus dies einsah und sich wieder ganz auf die Kraft Christi konzentrierte, führte auch nichts zu einem Zerwürfnis zwischen Paulus und Petrus. Stattdessen bezeichnet Petrus in seinen neutestamentlichen Briefen Paulus ausdrücklich als lieben Bruder. Ein weiterer starker und gewichtiger Grund ist, dass es nichts für Paulus irgendwie zu gewinnen gab aus finanziellen oder sonst irgendwelchen Gründen, wenn er das Evangelium predigte. Wie arbeiteten die Apostel denn in der Urgemeinde? Das war ein soziales Netzwerk verschiedenster Gemeinden, die es zu besuchen und zu betreuen galt. Das war mit massiven Reiseaufwänden verbunden. Das war damit verbunden, dass man geschlagen wird. Paulus wurde geschlagen, er wurde sogar gesteinigt, er wurde am Ende sogar getötet, er wurde ins Gefängnis geworfen. All das hat ihn aber nicht davon abgehalten, das Evangelium des Herrn Jesus Christus zu predigen und zu verkünden. Er blieb weiter standhaft, obwohl er verfolgt wurde. Die Apostel haben ein soziales Netzwerk aufgebaut, in dem arme Witwen und Witwer, behinderte, kranke immer zugepflegt wurden. Das bedeutet, die Apostel arbeiteten Tag und Nacht, um eine bessere Gesellschaft in Jesus Christus, dem Herrn, zu erreichen und die Menschen zu Jesus Christus zu führen. Und dazu war ihnen keine Mühe zu groß, dazu war ihnen kein Leid zu stark und sogar verfolgen und am Ende sogar töten ließen sie sich für dieses unterfangen. Und allein das zeigt, dass es Paulus nicht um sich selbst ging, denn wäre es ihm um sich selbst gegangen, hätte er etwas getan, womit er sich mit den Führern gleich oder gut gestellt hätte. Doch die Tatsache, dass er bereit war, all dies zu ertragen und größte Mühen und Anstrengungen auf sich zu nehmen, Tag und Nacht zu arbeiten, zeigt, dass es ihm wirklich um Jesus Christus ging. Ein weiterer gewichtiger Beweis ist, dass Paulus in 1. Korinther 9, 6 bis 18 und in Apostelgeschichte 20, 33 bis 35 auf etwas Wichtiges hinweist. Denn in Deuteronomium 25, 4, da heißt es, man soll einem Ochseln Ochsen, der drischt, nicht das Maul zu binden. Und das hat den Hintergrund, dass jemand, der sich für die Sache Gottes einsetzt und dafür viele Mühen auf sich nimmt, eine angemessene Bezahlung verdient hat. Und in 1. Korinther 9, 6 bis 18 und Apostelgeschichte 20, 33 bis 35, da heißt es auch von Paulus, dass er nicht dazu verpflichtet sei, irgendwie zu arbeiten, da ihm ein gewisser Lohn zustünde. Wenn man allerdings weiterliest, in 1. Korinther 9, 6 bis 18 und Apostelgeschichte 20, 33 bis 35, sieht man ein weiteres Muster, wie die Apostel gearbeitet haben. Sie haben den Lohn, obwohl er ihnen zustand, nicht eingesteckt, sondern sie verzichteten darauf. Das bedeutet, obwohl Paulus die Möglichkeit gehabt hätte und obwohl es ihm zugestanden hätte, für seine exorbitanten Mühen, einen Lohn zu bekommen, hat er auf diesen Lohn, der ihm laut dem Alten Testament, aber auch zustand, verzichtet. Das bedeutet, er hat trotzdem Tag und Nacht weitergearbeitet, hat seine Leiden geduldig ertragen, hat das Evangelium Christi mit Nachdruck verkündet, für seine Arbeit, aber nie Geld genommen. Das zeigt, dass Paulus seine Prioritäten nicht beim Geld oder bei der Welt grundsätzlich setzt, sondern beim Reich Gottes. Und ein letzter und vermutlich der gewichtigste Beweis für die Wahrhaftigkeit des Apostolats des Paulus von Tarsus ist wohl, dass in Lukas 9, 1 bis 13, 34 und in Markus 6, 7 davon die Rede ist, dass die Apostel, die Jünger Jesu, ausgesandt wurden und Jesus Christus hat ihnen in der göttlichen Vollmacht, in seiner göttlichen Majestät, die durch seine Wunder, durch seine Auferstehung, seine Epiphanien und seine Himmelfahrt bestätigen konnte, ihnen die Möglichkeit übertragen, wenn sie im Namen Jesu Christi, im Namen des Evangeliums, im Namen Jesu handeln und damit im Namen Gottes handeln, dass sie ihre Prediger der Tätigkeit, genauso wie es Jesus Christus sein ganzes Leben tat, durch Wunder Gottes untermauern konnten. Und in Apostelgeschichte 19, 11 bis 12 und 28, 8 ist wie bei den anderen Aposteln davon die Rede, dass auch Paulus Wunder im Namen Jesu tun konnte. So war er zum Beispiel so heilig, dass allein seine Kleidungsstücke, diese zu berühren, Heilung erforderten. Äh, Heilung, ähm, dass da Heilung dadurch eintreten konnte. In Hebräer 2, 2 bis 4 wird ebenfalls nochmal bestätigt, dass Wunder in der Urkirche geschahen und nicht nur die ganze Apostelgeschichte, sondern auch außerbiblische Quellen wie der babylonische Talmud und Celsus leugneten nicht, dass Jesus Wunder getan hat und dass es durchaus möglich war, dass in der Urkirche eben Wunder geschahen. Jetzt schreibt der Apostel Paulus aber selbst, es wird ihm nicht nur zugeschrieben, sondern in 2. Korinther 12, 12 schreibt der Apostel Paulus selbst ganz klar, dass er, als er bei der korinthischen Gemeinde war, und da schreibt er an diese korinthische Gemeinde, dass er da eben, als er zu dieser korinthischen Gemeinde ging, Wunder und Zeichen wirken konnte. Das bedeutet, dass durch ihn, durch den Apostel Paulus, Wunder und Zeichen eines wahrhaftigen Apostels Gottes geschehen sind. Und warum sollte er dies einer Gemeinde schreiben, wenn diese Gemeinde gar keine Wunder von ihm gesehen hat? Ich schreibe oder sage einem großen Publikum von Menschen doch nicht, um meine Autorität zu untermauern, dass ich Wunder getan habe, wenn dies gar nicht so gewesen wäre. In allen Punkten, in denen es also möglich ist, wurde der Apostel Paulus bestätigt. In seinem Wirken und darin, dass er tatsächlich von Gott gesandt wurde. Das ist es, warum wir die Briefe des Apostels Paulus als von Gott inspirierte Schrift akzeptieren können und in Paulus ein Vorbild haben, ein Vorbild für Christus, ein Vorbild in Christus, dem wir zu 100% vertrauen können. Amen. Gott habe den Apostel Paulus selig.